Ah, ne, genau, 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 warte mal, wir müssen ja... Toll. Ins Eck. Wenn wir in der Mitte bis ganz nach hinten gehen, dann stehen wir in Flammen, aber wenn wir das im Eck machen, nicht. So. Das hat geklappt. So, dann gehen wir mal wieder hier. Und dann da. Das speichere ich auch nochmal. Und dann wollen wir doch mal gucken. So. Ah, das sind die Falltüren im Dings drin, ne? In der Statue. Aua. Äh. So. Ich nehme nochmal ein Medipack. Und speichere einmal. Und dann gehen wir mal hier ins Ungewissere. Okay. Nach da ist nichts. Dann müssen wir wohl den Gang hier nehmen. Ah, jetzt sind wir hier, wo wir schon mal hingucken konnten. Ah, ja, okay. Ähm. Hier ist versperrt. Äh. Ja, toll. Was, 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 was können wir jetzt hier machen? Äh. Ach, da ist ein Hebel. Habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, da kommt direkt das nächste. Ähm. Die nächste Flut. Ich schiebe das mal da hin. Mal gucken, ob dann die Flut aufsteht. Tatsächlich. Ähm. Ah, da können wir. Auch. Ja. Das ist auf jeden Fall. Das ist absolut realitäts, äh. Na. Hier war aber sonst nichts, ne. Okay. Dann, ähm. Gut. Gehen wir hier hin. Da war die Leiter nach oben. Wir können aber erstmal nach da. Ah. Ah. So. Oh, Tau. Oh, Tau. Oh, Tau. Oh, das sieht man hier. Ich schiebe aber nochmal. Bei weh da. Oh, da oben hoch. Wenn ich mich recht entsende, hab ich das gerade gesehen. Ach nee, aber da war... Ach ja, genau, 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 da war, ähm... Da, da, da. Da waren wir jetzt schon mal. Das ist ja nur ein Ausgang. So, jetzt haben wir hier nochmal eins von diesen, äh, Teilen und wir können nur noch bei der Leiter hochgehen. Genau, da oben waren wir ja auch schon mal, wo das Wasser hier war. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück zur Statue. So. Dann gucken wir mal. Äh, Tau, 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 Tau. Ich glaub, wir haben jetzt auch zwei und wir brauchen nur noch zwei, oder? Uhu, spannend. Was gleich passiert. So. Dann gehen wir jetzt hier rein. Einmal. Und... Zweimal. Und zweimal. Oh, ich speichere mal. Da können wir das einsetzen. Den Seraph. Wow. Weiß ich, ich denke immer so, wenn sowas so voll, äh, episch aussieht, so richtig kunstvoll gestaltet, dann musst du da was einsetzen und dann öffnet sich einfach irgendwo so ein Hintergang. Ist irgendwie irgendwie unspektakulär. Ah ja. Wir haben dafür, wir haben für Barkhans, äh, Monastery, ne Monastery, eine Stunde, vier Minuten und fünf Sekunden gebraucht. Und ein Secret gefunden, 54 Kills, äh, vollbracht, 2262 Munition verbraucht, 2043 Hits, 16 MediPacks verbraucht und 6,31 Kilometer gereist. Ne, ich seh doch schon, was da ist. Kann man hier eigentlich auch schon vorher so... Nö, okay. Jo. Ähm. Hahaha. Was seh ich denn hier? Oh, nichts, okay. Dann nicht. Ich bin voll rein. Hier würde auch nichts sein, ne? Okay. Dann, hoch. Äh. 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 Ich habe ein bisschen Fragen. Gut, speichern wir mal kurz hier. Dann müssen wir auch direkt gucken, wie das hier heißt. Katakomben Australien. Und nicht von Talia. Naja. Gut, äh. Du hast so echt spannend. Hättest gedacht. Äh. Was kommt denn hier gleich? Ach, hier ist verschlossen. Toll. Äh, hier war doch leuchtet auch. Waaat? Hat das hier nicht ausgelöst? Äh, hä? Die sind ja sehr, äh, getimed. Oh, 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 oh. Was? 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 Stimmt, 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 stッ. God. Ein Yeti. Okay. Ich guck erst mal, was es hier gibt. Achso. Ich habe nochmal die Taste für die Fakke gedrückt. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Hier unten war alles schwarz. Ähm. Ja, ist schon wieder eine Sackgasse. Könnte doch nicht sein. Oder kann man das hier... Nee. Achso. Wie will. Hallöchen. Was? So, das hat jetzt der Pumas geweckt oder was? Oder was das sein soll? Ähm. Aber was bringt uns das denn? Können wir denn nicht hier theoretisch auch wieder einfach... Achso, das ist, glaube ich, der von oben, ne? Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. So. Dann... Hier. Komm mal hier, äh, ich freu mich gar nicht dahin Ja, okay, ähm, shit, nochmal hier hoch Na, ein bisschen zur Seite So, na, jetzt wirds wieder dunkler, aber noch her genug Was ich nämlich hier endlich mal gucken wollte, äh, was gibt's denn hier zu sehen? Oh! Oh! Unsecret! Pongi! Okay, ich speichere hier kurz einmal. Und nun mache ich hier einen spektakulären Sprung. Haltet euch fest. Äh, sooo... Hey! Wieso kann ich denn nicht? Ja, so geht's auch. Ich speichere... Ich lage nochmal. Ich meine... Hallo! Hackts oder was? So! Jetzt aber! Ach, warte, haben wir noch gar nicht die... ...automatischen Pistole losgewählt? Oh, ich dachte schon, da kommt halt der nächste. Und nochmal mir die weg. Oh! 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 Okay, wollen wir das mal gucken. Hier gibt's nichts, ne? Okay, okay. Na! Der... Ja, natürlich. Meine Güte. Ich brauche nochmal so lange, um zu sterben. Was ist denn los mit denen? Aha. So. Jetzt können wir hier, glaube ich, mal in Frieden... ...und uns hier die Sachen angucken. Ist doch schon der Dingsweh ausgelöst worden, aber nö. Ähm... Frage. Ist das Wasser nicht zu kalt? Für uns. Ist nur so ne Frage. Hallo. Oh. Äh... So. Was haben wir denn hier? Oh. Äh... So. Was haben wir denn hier? Geht dann, wie... Ne... Was? Ai, ja. Dies ist hier interessant. Ähm... Hier können wir nun nichts machen, ne? Ich wollte gar keine Fackel anmachen. Ah, da hinten war ja eine Leiter. Oh, 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 aua, 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 aua. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht wegwerfen. Da kann man hin. Ah, die muss man erst praktisch... Also man muss erst die obere Plattform da drauf treten, damit die runterfällt und man die Leiter richtig benutzen kann. Verstehe, verstehe. Wo kommen wir hier hoch? Mhm. Ach man, ich will eigentlich nicht immer die Fackeln benutzen. So. Okay, dann können wir jetzt hier hoch. Nein! Ich habe mich doch festgehalten. Meine Güte, wo haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Ach, Nöööö... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020